Ja, im Januar 2021 hat es bei mir angefangen, dass ich starke Entzündungen und Hautprobleme bekommen habe. Meine Haut war komplett gerötet und hat extrem gejuckt. Es hat sich immer weiter verschlechtert so sehr, dass ich mich nicht mal mehr hinlegen konnte auf meine Haut. Auf der Suche nach Lösungen war ich bei unzähligen Hautärzten, auch in der Notaufnahme, im Krankenhaus und ich wurde immer wieder nur zu den Hautärzten wiederum verwiesen und die Lösungen von denen sahen aus Cortison oder Immunsuppressiva. Meine Schwägerin hat mir dann mal den Tipp gegeben, schau doch mal nach einem Umweltarzt, der könnte dir helfen. Im Internet habe ich dann gesucht und dann die Praxis hier gefunden. Wir haben dann so eine Vorab-Analyse gemacht zu meinem passenden Krankheitsbild, was dann alles sein könnte. Da kamen auch einige Sachen mit raus, unter anderem Schwermetalle, aber auch eine Entzündung, die eventuell im Kiefer vorhanden ist, anhand des Randtestwertes. Genau, da bin ich auch sehr froh, dass dieser Wert abgenommen wurde, denn im Nachhinein hat sich auch gezeigt, dass dort sehr viele Entzündungen und sehr viel Juckreiz auch entstanden ist durch diese Entzündung, die ich im Kiefer hatte. Dann habe ich die Inosphärese machen lassen mit anschließender Analyse und habe dann für mich unter anderem direkt feststellen müssen, dass leider die Creme, die ich für meine Haut verwende, einen Stoff enthält, der nicht so schön ist und wo mein Körper auch von mehr gesättigt ist, als wie schön ist. Dieser Stoff war Phenoxyethanol und es ist ein Konservierungsstoff, damit Cremen oder sonstige Dinge nicht schimmeln oder länger haltbar sind und dieser Stoff wurde natürlich von meiner Haut auch aufgenommen, weil ich ihn auch die Haut aufgetragen habe. Nach dem Ergebnis habe ich natürlich sofort die Creme gewechselt. Hier erwiesen sich zwei wesentliche Baustellen als ursächlich. Die eine Baustelle waren Nikos. Nikos sind Kieferentzündungen nach stattgehabter Zahnwurzelbehandlung, sind chronisch persistierend, chronisch weiterführende Entzündungen im Kiefer, die permanent auch Entzündungsgifte in den gesamten Körper abgeben. Das war der eine wesentliche Aspekt bei diesem Patienten. Der andere wesentliche Aspekt bei diesem Patienten waren Umweltgifte. Übrigens auch Umweltgifte, die in Shampoos, Seifen, Cremes etc. pp. enthalten sind. In dem Falle war das Phenoxyethanol, konnte also eindeutig identifiziert werden. Aufgrund dessen haben wir uns auch entschlossen zur Aphorese. Die Aphorese kann Umweltgifte herausfiltern. Auch dieses Phenoxyethanol ist sehr deutlich herausgefiltert worden. Nach den ganzen Ausleitungen der Inosphärese und der Niko Behandlung beim Zahnarzt die Kieferentzündung behandeln lassen, geht es mir jetzt mittlerweile so gut, dass ich wieder lebensfähig bin. Ich kann mich hinlegen, ich kann schlafen, ich habe keine Hautschmerzen mehr, keine Berührungsschmerzen mehr. Der Juckreiz ist auch zu 80-90% verschwunden. Durch die ganzen Behandlungen und Analysen konnte ich mein Leben so weit anpassen, dass ich deutlich weniger Einschränkungen habe. Ich kann auch zumindest wieder arbeiten gehen und ich bin sehr froh darüber. Ich habe mein Leben quasi wiederbekommen und vorher war es nicht lebenswert mehr.